Hey Leute und heute zeige ich euch, wie ihr so ein Outfit hier bekommen könnt. Das könnt ihr euch ganz einfach glitchen und das zeige ich euch heute mal. Also, als erstes geht ihr hier zu der netten Frau und geht auf die Outfits Raubüberfall Tarnung. Dann nehmt ihr das erste, das heißt Guerrilla. Kauft euch das, wenn ihr das noch nicht habt. Dann geht ihr weiter zu den Oberteilen. Geht zu den Einsatzwesten. Und geht einfach hoch auf keine Einsatzweste. Und dann habt ihr es schon. Dann könnt ihr, wenn ihr das dann so habt, könnt ihr natürlich die Hosen ändern. Aber ihr könnt halt die Handschuhe, die kann man leider nicht ändern. Ihr könnt jetzt, wie ich hier, Ketten hinzufügen. Ihr könnt jetzt zum Beispiel so eine Wintermütze hinzufügen. Ihr könnt die Schuhe ändern. Nein, ihr könnt auch alles machen, was ihr wollt. Nur halt die Handschuhe müsst ihr so lassen. Ja, ich nehme jetzt mal eine Lederjacke. Dann zeige ich euch mal, das hier geht zum Beispiel nicht. Dann geht der Bauch halt weg. Aber wenn ihr das dann so habt, dann könnt ihr das hier abspeichern. Gespeichert. Das werde ich jetzt aber noch nicht machen, weil ich schon andere Outfits habe, die ich gerne behalten möchte. Und sonst, ja, war es das eigentlich schon wieder. Und wenn ihr irgendwelche Sachen wissen wollt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Wird mich über ein Abo sehr freuen, da ich im Moment im Aufbau bin. Hab gestern angefangen mit dem Kanal. Und dann könnt ihr auch mal Vorschläge machen, welche Spiele ich spielen soll. Oder beziehungsweise aufnehmen. Bildqualität und sowas wird alles noch besser. Keine Sorgen. Aber sonst sag ich, Tschüss und bis zum nächsten Mal.